wieder ein deathmatch ich war auch gestern volle füllung sind 63 euro weiß man kann auf sich selbst wetten ja klar kann man sich selbst wenn du der von dir so überzeugt ist finde ich nicht war das die villa ohne das gibt's nicht ich zweimal spielen sieg ich ja genau wo diese gleich wieder alles in die luft jagen hier gibt es keine autos diesmal der findet schon rein zuvor ich bin von hinten der kleine fecker glaubst nicht doch es gibt autos tatsächlich draußen sind welche unterwegs wie ich über die heck geflogen bin ich hab's gerade noch so ein augenwinkel gesehen der hat ein scheiß auto gefunden ich sag ja der findet irgendwo doch ein der stadt nicht mit dem auto noch darauf hinter der garage steht auf drei vier stück da steht auf einmal wieder scheiß karre vor mir aber egal baby hat mich gerade erschossen und mein charakter mit dem abend so ich weiß nicht getroffen habe ich nur den kopf gezielt hat du hast die hälfte des lebens verloren was ich habe an krebs verloren verreckt doch du ich habe nichts gesagt das war die steinke markus das war baby's kill trotzdem sah das geil aus wie ich das volle könne in mich reinfahre es war trotzdem nicht dein kill es war baby's kill das habt ihr schon ich weiß du hast mich damit komplett ausgebracht weil ich war eigentlich drauf und dran sie zu holen ich bin auch voll über die treppenstufen drüber auch markus und keine spielzeuge der erfüllt immer irgendwie so ein ding das macht es ist so dumm gerade gewesen sag mal ich wollen wieso macht eigentlich dein karakter mal die beine breit wenn sie stirbt warum ich nicht darüber das ist doch gut vielleicht alter steht ihr bescheid weil sie wenn einer wo steht steht der hier wer sitzt der bauter steht mit der schrote daumen in dem baum oder so Aua jetzt habe ich wenigstens meine lieblingswaffe hat schon wieder ein auto ich höre den doch ja der hat immer irgendwie ein auto ach ja der findet auch nur eins der führt einfach nur wegen autokill ich wollte nur mal ein bisschen abhängen hey enrico hast du gesehen ich werde noch mal ein bisschen über die ecke mich hier rumhängen volle energie volle dinge so direkt mit einem schuss tot da kannst du gar nicht reagieren aua hater würden sagen cheater ja hater würde sagen cheater ich habe doch ausgemacht naja egal als kopien gleich gewonnen das ist klar jetzt sieht ich habe ich voll auf die ziel der 30 komplett in die andere richtung interessiert das ist richtig sie ist halt weg voll verarscht das ist gelogen das spiel hat ne mag das kann ich da oben stehen ja wie gesagt die gegner und gegner steht vor ihm ist auch schießen 30 in der andere richtung und schießt das mal in der gegend rum und jetzt noch mal auf deutsch bitte ohne abkrex keine ahnung ich sag nichts mehr ja sei klar hä zehn minuten noch ist das ganze Zeit erleben ach wir müssen uns töten mit einem auto ich bin bereit mit um schnelle hochkatz und zündlose gewalt gehören zusammen wie Pisswasser und Wiener das gebäude und belästigungsklar also tritt aufs peter schnapp dir eine Poe ab und heilt das Maschinen gewerb bereit ach das ist das da bin ich schlecht da bin ich gleich da bin ich Da bin ich da bin ich Diese kranke Stütte war gerade echt groß, ey. Oh, noch die Map. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Nö, ist klar. Mark ist einfach durch. Kevin ist einfach durchgerutscht. Ja, du bist beim unsichtbar geworden. Da konnte ich dich nicht mehr kriegen. Ja, du bist auf die Staubbeuge hinausgefahren. Wow. Ich dachte, das wäre ein Loch, wo man einfach durchführen kann. Was? Wie sie denn fliegt? Wo willst du denn hin? Ja, ich wollte eigentlich auf den Weg, aber ich dachte, der wäre da drüben. Und ach, nee. Blöd. Wow, zu weit, zu weit, zu weit. Nein. Da war ne Wiener. Da war ne Rakete. Oh, ich seh es nur, dass du dir was gebohrtest. Oh Gott. Interessiert den? Ich gehe durch die Rakete. Ich gehe lieber wegkriegen beim Rammstoß. Aua! Genauso! Ich gehe lieber wegkriegen beim Rammstoß. Aua! Genauso! Ich gehe lieber wegkriegen beim Rammstoß. Ich gehe ich jetzt schon auf den verdächtigen Weg. Dann erkläre ich einfach mal zu mir. Sam, die drei Sachen hatten. Ey Leute, wo seid ihr? Was? Was? Ich habe immer zur Überflagung. Was? What the fuck? Ich bin in meine eigene Mine gefahren. Ich mach noch nie mal was. Ey, ah! Oh, Kev, Alter. Was? Hast du mich grad voll erledigt? Ich hab dich gar nicht erledigt. Ich bin raus. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab mich mit dem Panzer ins Loch geschockt. Ja, hab auch nie. Ich bin trotzdem letzter mit Abstand. Weil ich die zwei wirklich nicht sehen bekomme. Wie viele hast du denn? Ich hab noch zwei. Weißt du, egal von wo der kommt. Ist trotzdem, stirbst du. Da ist meine Rakete. Meine ist jemandem Gegner vorbeigegangen. Ach, ich bin in der Lage, nicht das Power-Up zu benutzen. Ernsthaft jetzt? Ich hab sogar meine Power-Up rausgenommen. Ach, ernsthaft. Warum bin ich Erster? Bist du gestorben? Bist du gestorben? Kevin? Kevin hat gestorben. Er weiß, ob du vor mir gestorben bist. Ja, ich bin vor dir gestorben. Aber er hatte doch nur ein Leben. Dort ist noch zwei. Ich wollte das Ding gerade aktiviert und direkt bin ich tot gewesen. Hä, wie dumm? Da, da war es doch sogar. Er hatte eigentlich einen Tod weniger. Ja, wie gesagt. Ich hab das Ding aktiviert und direkt tot gewesen. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Ja, er geht mir auch vorbei an den Leuten. Aber das ist noch vier Tote. Wir hatten alle fünf. Eigentlich hättest du gewinnen müssen. Ich verstehe, warum ich gewinne. Aber das Spiel möchte das nicht. Tricks. Das hat dich. Ja, egal was es ist, das braucht mir noch ein rein. Aber das ist gar nicht. Nee, passt das. Ich will mich auch nicht aufregen. Alles gut. Raketenautos. In diesem Stand trend in den Wolken und den ersten Platz und Luft zum Atmen bleiben auf der Strecke und schau bloß nicht nachher unten. Kann leben. Ich mach mal ein bisschen ein auf Oldschool. Das ist okay. Das ist okay. Da, der ist ja kein Problem. Wo bist du denn hin? Tschüss! Ja, führst du den zuvor. Ich wurde ja von hinten von der Strecke geschoben. Oha. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, alter, ein Sprung dazwischen. Marco, äh, Kevin, alter, Kevin leckt bei mir übelst durch die Gegend, das ist grad viermal vorschlagen oder so, und auf einmal ist der wieder vor mir. Oh Gott! Oh, was für ein Safe! So, das wär, na? Du kleine... Ja, du kleine Waffe! Oh! Das akzeptiere ich nicht, das war gemein. Klar. Da raus, schubt die mich durch die Gegend, ich glaub ich will. Markus freut sich, der kommt ohne Fehler durch, während wir zu Ende kriegen. Oh! 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 Beumble, babe! Oh! estado zusammen! Oh! made mit . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020